Hallo! Hallo! Wir sind wieder zusammen da! Kuckuck! Und zwar bei ARC Playstation 4. Und der Server ist gerade eben neu gestartet. Nach fast einer Woche. Ja, eigentlich wollten wir eben das Ghost Earth aufnehmen. Und da haben wir gedacht, okay, dann sind wir jetzt hier. Ich sehe mich, ich sehe mich! Trinity steht da! Ja! Da! Hallo! Ganz süß! Ja, heute ohne Musikunterlegung, weil ich habe eine musikalische Dame ja neben mir. Habe die ja letztes Mal grandios bestätigt. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen. Mal wieder! Ja, das war auch gerade ungeplant. Bei Ghost Earth wüsste ich jetzt, was wir gemacht hätten. Jetzt muss ich erstmal gucken, was hier Phase ist. Da sitzt eine Schnecke. Ja, eine Schnecke. Guck mal! Hahaha! Geil! Lila! Ja! Keine Ahnung, warum sie lila ist. Ansonsten... Nö! Ist für Scham wahrscheinlich lila angelaufen. Natürlich. Ähm, was machen wir, was machen wir? Wir gehen auf Schweinejagd, so. Es gibt keine Schweine. Hahaha! Aber da ja weiter Nerven in die Flugsauriern kommen, nehmen wir uns einfach unseren lieben... Äh, wie heißt der denn noch? Bobby Saurus. Und ziehen einfach mal, einfach mal so durch die Gegend los und gucken, was da uns in die Quere kommt. Wir müssen uns ja ein bisschen eingewöhnen daran, mit Bodensauriern rumzulaufen. Boah, ist der laut. Der ist nicht laut. Der ist laut, der trampelt. Ups! Abwerfen tut er dich auch schon? Nein, ich steig nur nochmal, weil es immer ab, was falsch ist. So. Der ist nicht laut. Der ist voll laut. Der ist süß. Der bumst mir voll ins Ohr. Kein Kommentar. Hahaha! Und er nimmt Fleisch mit, super. Die armen Tiere. Oh. Ja, ich... Also im Endeffekt... Leck. Gibt es hier keine Schweine. Was ist das denn? Hier gibt es einen Scheißewerfer. Und den kann ich ja mal angreifen. Hallo! Oh, aua! Autsch! Au? Okay. Autsch! Wie stark ist der bitte? Das fand ich mich auch gerade. Level 88. Okay. Na ja. Laufen, laufen, laufen. Man, das ist so... Man, das ist so... Obwohl, na ja. Er sieht ein bisschen aus wie ein Schwein. Mhm. Finde ich nicht. Jetzt denkt er sich... Ach, ich war ein kleines Schwein. Hakuna Matada. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matada. Gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die... Philosophie. Hakuna Matada. Genau. Ich kann so nicht singen. Aber sie kann das. Auch ich war ein kleines Schweins. Auch ich war ein kleines Schweins. Nein! Oh Gott, das knall. Voll lustig. Ich zahle den Hörstoß nicht. Was mache ich eigentlich? Welchen Hörstoß? Ja, wenn die Leute taub werden durch uns. Das sind jetzt kaputt. Hallo. Fliegeviecher. Brumm, dieser Brumm. Ja, ich bin ja noch mal... Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Tolles. Mhm. Ich weiß nicht, warum der so rumknurrt. Das frage ich mich auch. Der Bug ist bestimmt eigentlich nicht. Ja, das kacken tut er auch ständig. Aber was du bist, weiß ich auch nicht. Oh, oh. So läuft immer noch hier rum. Ich habe mein Ferngass nicht dabei. Ich weiß nicht, wie groß dieser Rex da vorne ist. Das ist ein bisschen doof. Ist der stärker als wir? Äh... Nicht unbedingt. Ah! Oh Mann. Obwohl, der ist fast tot. Guck mal. Hallo, Rex. Hallo. Der hat gerade frisch gefressen. Der ist tot. Level 32. Okay, der war nix. Hat irgendwas getroppt? Oh, immer diese Totschläger hier. Ja, ja. Immer schwimmen, schwimmen, schwimmen. Du hast nämlich mit. Oh Gott. Du bist ja eklig. Was denn? Wo bist du denn gerade lang geschwommen, hallo? Ich bin zu ihm geschwommen, um auf ihn zu reifen. Voll an seinem Pullermann lang. Der hat keinen Pullermann. Ist auch so ein Pullermann. Guck mal ein Rattor. Guck mal, da versteckt er sich. Und ein Terrorbird. Hallo. Der ist ja hässlich. Der ist total nervig. Der greife ich nur nicht an, weil ich auf einen starken Dino bin. Da hinten ist eine Xena. Mal wieder. Das ist wieder ein Kacker. Was ist ein Kackermann? Nein, der schmeißt du immer mit Erde auf einen. Das ist total lächerlich. Okay. Der kämpft aber gerade mit einem. Mit einem Rattor. Jetzt gehe ich mal dazwischen und fülle beide. Da kommt noch was. Au. Siehst du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Der hat. Nee, der schmeißt mit Schmutz. Der kann zaubern. Wie der große Genie. Da vorne ist auch so ein Stachelding. Ja, die bringen nichts. Die bringen alle gerade nichts. Der Kleine ist ja süß. Ist das der Spucker? Nee. Aus Jurassic Park. Der da ganz unten unter dir. Der läuft da irgendwo. Da, da, da. Rechts, rechts, rechts. Da, der Kleine. Nee, der ist das nicht. Aber der Spucker läuft ja auch rum. Aber der ist das nicht. Das ist so ein Mini-Raptor. Diese ganz, ganz kleinen aus Jurassic Park. Die das kleine Mädchen da zerfetzen am Anfang. Mädchen? Ja, da ist ein Mädchen am Strand. Bei dem einen Teil. Jaja. Die wird zerfetzt von ganz vielen Kleinen. Jaja. Diese ganzen Sumse Bienen. Also ich würde da nicht hin freiwillig. Oh, ein Agentaris. Hallo. Oh. Haben wir. Das ist so einfach. Ich habe auch keine Bola dabei. Nee. Wenn ich auch ihn schieße, das bringt auch nicht viel. Oh. Oh, muss da einer immer so rübsen. Oh, warte mal. Der rübst nicht. Der rübst. Kann ich nicht. Der ist weg. Hallo. Oh. Flieg mit mir um die Welt. Sie gehört dir, Prinzessin. Niemals darfst du's vergessen, denn im Herzen bist du frei. Träume werden nun wahr. Sieh nur hin, schon passiert es. Drunter drüber du fliegst, als wär es plötzlich Zauberei. Jetzt reicht's doch wieder. Die Stimme kackt ab. Jetzt wirst du zu hoch. In meiner Welt. Blöde Welt hier gerade. Ja, jetzt hast du ihn tot gemacht. Ja, der war zu klein. Der war zu klein. Ja, aber Server scheint wieder zu laufen. Das ist schon mal schön. Was für ein Glück. Ja, ja, nö. Uff. Was läuft denn hier rum? Was bist du denn? Sieht komisch aus. Ah, der kann aber auch ganz durch sein. La, la, la. Obwohl, so einen haben wir ja schon, aber so einen haben wir ja nicht gezogen. Sieht voll die komische Miene, der Typ. Der soll mal chillen, würden jetzt die Kleinen sagen. Zimmer. Zimmer. Zimmer, Alter. Oh Gott. Hilfe. Hast du noch einen Schluck Wein? Wie war das? Was macht ihr da? Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir, egal von welchem Fleck, krieg ich ihn. Ich glaub, das lohnt sich gerade überhaupt nicht. Hallo. Kommst du jetzt mal her oder was? Was tut's vor? Nie, der sieht aber echt hässlich aus. Bobs, fliegt er um. Level 28, super. Äh. Hallo? Ja, ja. Hier komm. Beifuß. So ein braves... Hallo? Ein braves Hallo. Ja, jetzt kommst du da was. Äh. Äh. Oh, das wird doch eh nix. Oh man. Ja, ja. Wieder nur Kacke gebaut hier. Mhm. Den zu 10 lohnt sich nämlich überhaupt nicht vom Level her und alles. Aber egal. Aber egal. Schneicht der? Der schneicht. Der grunzt. Der schneicht. Könnte ich sein. Ich sag jetzt mal nichts. Rrrr. 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 Ähm. Rrrr. Rrrrrr. Rrrr. 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 Danke viele Fragen haben. Ehen wir wieder. Rrrr Rrrr. Gibt's nicht, ausverkauft, so. Gehen wir einfach zu den bösen Dingern. Ja, haha. Ja, haha. Nee, nee, nee. Flugvogel, hallo. So, gut. Ach ja, und was machen wir nun? Soll ich noch mal was singen oder nicht? Ja. Märchen schreibt die Zeit Immer wieder warm Eben kaum gekannt Dann doch zugewandt Unerwartet klar Wandel nur zu zweit Ehe es sich erschließt Beide waren so bann Beide ohne Zwang Die Schöne und das Bies Jetzt hab ich keine Lust mehr. Oh, das war aber schön. Das passt doch. Das ist ja gerade frisch im Kino. Nicht, dass ich noch Ärger kriege. Ah, Skorpion. Mal wieder. Wie viele Agitarre bist du denn hier? Heilige. Hallo, Vogel. Ui, ganz, ganz viele. Da ist aber kein lila Nasser. Äh, ich hab ihn glaube ich noch nie lila gesehen. Kommt das alles zu mir. Wär mal was Neues. Ich hätte gerne einen mit hohen Level, aber nö, du bist zu klein, du fliegst weg. Ich werde angegriffen. Hallo? Hallo? Ach, weil der Hunger hat. Er hat keinen Hunger, der genug zu futtern. Wow, 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 was ist denn hier los? Ist er irgendwie lang gerichtet? Vielleicht werde ich angegriffen, weil er wieder ein... Oh, was ist denn hier noch? Hallo? Bum bum. Nee, nee, ich will ihn hier nicht treffen. Oh, das ist mir eigentlich egal hier. Bust du fertig, Junge? Jaka Laga. Bust du jetzt fertig? Immer raus da! Die Armführung. Oh, woher denn wer? Der ist da unten. Der ist alles andere los. Ich hab ja was gegeben hier. Was ist hier drin? Spannung! Keine Geschenke! Erkackt. Mal wieder. Kann er gut. Weiter traben, traben, traben. Voller Stachelding. Das ist cool. Oh oh. Könnte giftig sein, oder? Die da hinten. Das sind eher in zweifacher Ausführung. Igitt. Das sind Raptoren. Ne, ne, das sind auch Alusaugen. Okay. Also sowas sieht er hier. Er grinst. Ja. Hallo Mama, hallo Papa. Ich wüsste nicht, ob... Ne. Provozieren muss ich ja nicht. Immer lächeln und winken. Ja, lächeln und weitergehen. Tschüss. Ich bin kippisch da mal. Oh man, das sind viele. Hm. Sind wir gar nicht oben. Ja. Ich hab Höhenangst. Geh wieder runter. Okay. Oh, 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 oh. Nicht fallen. Autsch. So, ein kleiner Trick. Na komm. Und schon wieder an die Euter gegangen. Hallo. Irgendwie muss ich ja aufsteigen. Ich erläuter jetzt nicht mehr. So. Ne. Aber überlegt hast du. Gib's zu. Gib's zu. Oh, danke. Fleisch. It's raining man. Halleluja. It's raining man. Und es riecht wieder. Ja. 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 Ich würde lieben. Ach. Das hab ich schon festgestellt. Ach ja, Leute. Und nur mal so zur Info, ne. Immer klicken und winken. Was? Nicht winken. Da bleiben. Klicken, winken, da bleiben. So. Ja. Was ist denn hier los? Oh. Deins Große. Ne, ne, ne. Aber ansonsten. Es regnet. Es regnet. Es regnet. Pitsch, pitsch und nass. Ich wollte gerade sagen, es ist raining man, aber das hast du ja gerade gesungen. Hallo Bär. Das hast du aber früh gemerkt. Ja, ich war mir gerade nicht sicher, was es war. Ich glaube, der kleine Dicke muss ich gleich mal ausruhen. Man könnte ja noch mal ins Wasser gehen. Ja, hier ist Wasser. Na, da muss ich kurz ausruhen. Ja. Da trinke ich auch noch. Hallo. Du darfst nicht verraten, was du da trinkst. Wasser. Der ist blau? Der ist blau, den will ich haben. Der ist blau. Hallo, du bist ja blau. Der ist blau. Du Suftkopf, du. Soviel zum Thema, was du trinkst. Irgendwie hat der... hat einen abbekommen. Oh, kannst du ziehen? Ups, liegt der schon um. Ja, ich will den haben, das blau. Nein, 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 nein. Lass es, lass es, lass es. Ah. Die muss auch eingestellt, wie zu verteidigen und was es ist. Ich will den haben. Ich will den haben, der ist blau. Den braucht keiner. Ich will den trotzdem haben, der ist blau. Der ist klein und kugelig und süß. Das bin ich auch. Naja. Du und kugelig. Ich will auf, einen Tino anzugreifen. Der ist so ein Level 120. Das wird... What? Krieg ihn, krieg ihn. Immer vor. Noch ein Tor. Au. Wie wärs, wenn du mal einschläfst? Au. Komm her. Das kann ja auch nur von dir kommen. Natürlich. Au. Autsch. Ei, 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 ei. Er rennt und rennt den hinterher. Der hat tausend Nadeln im Gesicht und macht's trotzdem. Ja. Kannst du den jetzt endlich mal ruhig stellen? Gib ich. Mann, oh Mann. Run, 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 run. Vogelentweg. Ich will ein blaues Kuchen. Verweben. Komm. Komm. Ah, jetzt ritt er auch. Jetzt ist er kurz um einen Pen. Dann komm doch nicht mit... Nicht im Busch. Doch im Busch. Damit du in der Busch sich mehr siehst. Der ist durch den Stein gepackt. Was? Ach, nö. Da ist er. Oh mein Gott. Da hat aber auch was da hinten am Schwanz hängt. Einen Schuss habe ich noch. Ähm, hallo? Das ist nur kaputt. Es lag. Es lag. Nein, 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 nein. Nicht, nicht, nicht. Hä? Weg ist er. Da ist er. Scheiße. Okay, jetzt muss ich Armbruch sehr halten. Verfolgungsjagd. Jetzt kipp doch mal um. Der will nicht. Jetzt. Ups. Boah. Aber ob ich den gezähmt kriege? Keine Peilung. Das seht ihr, wenn dann auch erst in der nächsten Folge. Möchtest du noch ein Abschlusslied singen? Nö. Wäre dir nichts ein, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht mehr. Ich bin schon heiser vom lauter singen hier. Dann lassen wir es mal lieber. Aber wenn die ganz, 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 ganz lieb sind, dann singe ich vielleicht beim nächsten Mal wieder mal gucken. Aber nur wenn ihr lieb seid. Schreibt euch das hinter die Ohren. So. Oh. Habt ihr gehört? Das kriege ich Ärger. Der kriegt nie Ärger. Ich bin ganz brav. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.